Hier ist Radio Fantasy F1. Mein Name ist Hansi Vordermeere und wir beginnen diesen wunderschönen Tag mit etwas Musik. Boah, habe ich einen Schädel, war das wieder eine Nacht. Du, Kalle, ich habe ein Problem, ich male total gerne. Und dabei trinke ich einen Kaffee. Nee, nee, anderer Abend. Philipp Lahm zu Badstuhl. Halt, halt, stopp! Also eins muss ich euch noch sagen. Ein Abend mit Kalle und Bier hat immer was von einer schlechten Sitcom. Du, Kalle. Kalle. Ich habe ein Problem. Ja, Horst. Das hast du. Aber was tust du dagegen? Oha. Wunderbarer Beispiel. Wunderbarer Pass. Ich meine, deine ach so tolle Liebesbeziehung. Super toll. Diesmal wie ich da. Wie jetzt? Ja Mann, ist doch wahr. Aber da war doch mal Liebe. Soll ich das einfach alles wegwerfen? Na ja. Ich bin ziemlich einseitig, Liebe, oder? Also mir wird auf Dauer zu langweilig. Müller? Ja. Du meinst also, ich wollte mich trennen? Na ja. Ja. Ich sag mal so. Schurden sollte man noch am Abend wegräumen. Damit man sich nicht am nächsten Morgen die Finger reinschneiden tut. Ja. Das sagt sich so einfach. Ich glaube, das kann ich nicht. Hey. Trennung bedeutet auch Neuanfahren. Ja. Dein Leben ist doch viel zu kurz. Ja. Und wie stelle ich das an? Du reißt nicht mal zusammen, seitdem du ein Mann bist. Pack dein charmantes Lächeln aus. Mach dich locker. Und dann rockst du dort schon. Ah. Halbzeit. Ardett. Wie kann man nur so viel reden, ohne was zu sagen. Aber der Abend hatte auch schöne Momente. Ladies and Gentlemen. Der Mann mit den tausend Gesichterarten. Nochmal. 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 Wie oft denn noch? Nochmal. 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 Nochmal.